Sie haben etwas Schockierendes über den Papst und das geheime vatikanische Archiv herausgefunden. Betet der Papst also zu einem Alien-Gott und bricht da... Okay. Also Papst-Recherche, Vatikan und so, bin ich ja eh selber davon überzeugt, dass die eigentlich nicht wirklich was mit Gott zu tun haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sogar so weit gehen würde, dass das eher satanischer Natur ist, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Aber wer bin ich schon? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Neon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, sie haben etwas Schockierendes über den Papst und das geheime Vatikan. Oh shit, Bruder, was ist das für ein Titel, Digga? Ich muss nochmal. Sie haben etwas Schockierendes über den Papst und das geheime vatikanische Archiv herausgefunden. So, miese Papst-Recherche geht hier rein jetzt. Ich liebe euch, lasst Daumen hoch, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal und werdet natürlich gerne auch Mitglied. Unterstützt die Vibes. Und jetzt würde ich sagen, wie immer, geht der Peter los, meine lieben Freunde. Und los! Jeder muss das tun, was er amazing findet. Wichtig, wichtig, ganz wichtig. Warum zum Teufel trägt der Papst da die Darstellung eines außerirdischen Gottes? Ja, die Sam... Boah, der hat voll die krasse Stimme, ne? Boah, richtige Dokumentationsstimme, jo. ...so etliche Menschen gefragt, als das katholische Oberhaupt ganz plötzlich mit einem sehr seltsamen Symbol auf einem seiner Gewänder erschien. Und die neueste Nachricht einer Religionswissenschaftlerin könnte uns tatsächlich Aufschluss darüber geben. Die Betonungen auch und so, bro, was macht der? Das sieht so aus, das hört sich an, als ob das Fake ist, ne? Als ob der jetzt gar nicht selber redet. Heftig, Synchronsprecherstimme, ist so. Sie sei als eine der wenigen Menschen tatsächlich im geheimen vatikanischen Archiv gewesen, ist dort auf wahrlich Unfassbares gestoßen. Betet der Papst also zu einem Alien-Gott und bricht da... Okay. ...mit das höchste Gebot der katholischen Kirche? Schauen wir genauer rein. Also, Papst-Recherche, Vatikan und so, bin ich ja eh selber davon überzeugt, dass die eigentlich nicht wirklich was mit Gott zu tun haben, so, ne? Also, der Vatikan, was da schon alles rausgekommen ist, was die für kriminelle Machtenschaften am Laufen haben, das hat nichts mit irgendwas Göttlichem zu tun. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sogar so weit gehen würde, dass das eher satanischer Natur ist, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Aber wer bin ich schon? Wie immer direkt nach dem Intro. Das geheime Vatikanische Archiv. Es enthält das gesamte systematisch gesammelte Wissen der letzten Jahrhunderte. Eine Quelle, auf die nur die wenigsten Zugriff haben. Zusammengetragen in einer Zeit, als die katholische Kirche noch die mächtigste Institution dieser Erde war. Wenn es also um altes, geheimes und längst verschollenes Wissen geht, in den Archiven des Vatikans wäre dies am wahrscheinlichsten zu finden. Genauer gesagt, an jenem Ort, der allgemein hin als das Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum bezeichnet wird. Stabil? Heute besteht es aus etwa 83 Kilometer langen, labyrinthischen Regalgängen. Beherbergt unzählige Reihen von Texten, Büchern und uralten Schriftrollen. Von modernen Manuskripten bis hin zu antiken, abgenutzten Dokumenten. Historische Aufzeichnungen und Texte, die der Vatikan aus allen Ecken der bekannten Welt eingesammelt hat. Bis heute völlig verschlossen. Eine Festung aus undurchdringlichen unterirdischen Bunkern. Mit nur einem Eingang versehen und von der Schweizer Garde bewacht. Was genau befindet sich also dort, was vor der Menschheit geheim gehalten werden müsse? Eine Religionswissenschaftlerin will genau dies nun herausgefunden haben. Es gäbe auch einen guten Grund, warum wir von dem, was sich dort befindet, nichts wissen sollen. Hat es etwa mit dem zu tun, dass der amtierende Papst ein Wesen zu verehren scheint, das die frühen Menschen als ihren Gott von den Sternen bezeichneten? Digga, das hab ich schon mal gesehen irgendwo. Das ist crazy, yo. What the fuck? Ist es ein Anunnaki oder was? Wir werden heute so einige seltsame Dinge hören über das, was im Geheimen... Ey, Bruder, dieses Zeichen, ne? Wie heißt das? Nazca-Linien. Ja, Digga, das ist in... Das ist in Peru, ne? Aber das ist ja so gemalt. Ich will das Originale sehen. Riese von Atacama. Aha. Da ist es. Das ist es. Crazy. Das ist 1 zu 1, guck mal. Wir werden heute so einige seltsame Dinge hören über das, was im Geheimarchiv des Vatikans entdeckt wurde. Am Ende führt es uns zu der Darstellung eines Alien-Gottes, die der Papst vor breiter Öffentlichkeit trug. Doch zuvor die Bitte an euch. Abonniert doch meinen Kanal und verpasst keine neuen Infos mehr. Und helft mir dabei, die 100.000-Abonnenten-Marke zu knacken. Wir sind ganz kurz davor. Schon am Freitag wird es nämlich dazu ein großes Live-Special geben mit einem... Alles klar, mein Jutze. Der hat das einfach auf dem Schal. Der Papst ist wild, ne? Nun aber ab ins geheime Vatikanische Archiv. Diana Walsh Pesulka. Sieht verflucht ähnlich aus. Prof, das ist 1 zu 1. ...amerikanische Schriftstellerin und Professorin für Religionswissenschaften an der University of North Carolina. Sie untersucht, wie der christliche Glaube durch UFOs und außerirdisches Leben hätte verändert werden können. In einem neuen Interview offenbart sie, dass ihr Zugang zum Vatikanischen Geheimarchiv gestattet wurde und dass sie dort tatsächlich auf mehr als nur Ungewöhnliches gestoßen sei. Sehr viel mehr als nur historisch. Das hat die nur erzählt, ne? Hat die Beweise dafür? Ist ja egal, wir hören jetzt mal zu. Aufzeichnungen oder Geschichten, die man aus der Bibel kennt. Es gäbe tatsächlich eine schiere Masse an Dokumenten, die immer wieder von paranormalen Ereignissen sprechen. So berichtet uns Pesulka von einem mittelalterlichen Ereignis, das die Nonnen eines Klosters erlebten. Sie wurden Zeugen des Eindringens von hellen Lichtkugeln. Sie schwebten über ihnen und den Häusern in der Nachbarschaft. Kleinere Kugelndrang gab es zum Boden vor. Nur ein Fall von Dutzenden UFO-ähnlichen Vorkommnissen, wie sie Pesulka nennt. Auch berichtet sie von Aufzeichnungen derer, die man in der Religion als Dämonen bezeichnet. Verstörende Bilder hier. Kleine seltsame Wesen, die die Menschen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder besuchten. Kleine JungsInnen. Sei sehr offensichtlich, wie sehr sich doch diese Berichte gleichen. Und das, obwohl sie nicht nur von den verschiedensten Kontinenten dieser Erde stammen, sondern auch Jahrhunderte dazwischen liegen. Und es gäbe viele dieser Dokumente. Sehr viele. So lässt uns die Religionsprofessoren wissen. Die historischen Aufzeichnungen sind voll von solchen übernatürlichen Ereignissen. Die Leute im Vatikan wissen nicht einmal, wo sie danach suchen sollen. Es liegt in ihren Kellern. Die Archivare sind gerade in großer Eile, das, was sie haben, zu digitalisieren. Sie müssen Prioritäten setzen, was ihrer Meinung nach am wichtigsten ist. Sie legen aber nicht wirklich Wert auf UFOs, die Nonnen im Mittelalter störten. Dieser Schatz wird also nach und nach verloren gehen. Laut Pesulka ist das Vergessen oder der allmähliche Zerfall dieser Dokumente durchaus gewollt. Es würde Katholiken schließlich in ihren Grundfesten erschrecken, wenn auf einmal herauskommen würde, dass Marienerscheinungen oder andere Wunder sich heutzutage sehr viel mehr mit UFOs und Aliens erklären ließen, die... Das ist ja auch in allen anderen Kulturen vorhanden gewesen, ne? Bei den Sumerern, bei den Mayas teilweise, bei den Ägyptern, die haben ja auch so Wandmalereien gehabt, die darauf hinweisen, dass Spaceship-ähnliche, Alien-artige JungsInnen da mal irgendwo an den Start gekommen sind, so weißt du. ...Einigkeit zu heutigen Berichten sei wahrlich verblüffend. Wer von euch glaubt denn, mal ganz kurz, sie störten nun, wer von euch glaubt denn, dass es Leben von anderen Planeten gibt, die hier auf der Erde waren oder sind? Eins in den Chat. Jeffrey Creeple, Religionsprofessor an der Rice University in Houston, stimmt derweilen Pesulka zu. Die vielen durchaus bekannten Berichte über sogenannte katholische Wunder sollten für UFO-Forscher von sehr hohem Interesse sein. Sie berichten über telepathische Kommunikation, Levitation und andere paranormale Ereignisse. Oft gingen diese sogar mit Nahbegegnungen einher. Genauer sagte er, die ganze Bandbreite religiöser Phänomene erscheint in der Entführungs- oder Begegnungserfahrung mit Außerirdischen. Auch verweist er auf das Vorgehen der katholischen Kirche in der Renaissance. Bei Augenzeugenberichten UFO-ähnlicher Vorkommnisse sei man sehr streng mit den Beteiligten umgegangen. Man habe verlangt, einen Eid zu leisten, dass sie nicht lügen. Unter Androhung der Todesstrafe. Wenn die damaligen Menschen etwas gesehen haben, so müssten sie zu 100% von der Echtheit überzeugt gewesen sein. Sie hätten sonst auf jeden Fall für immer geschwiegen. Neben Pesulka ist noch ein anderer Mensch bekannt, der im Geheimarchiv des Vatikans auf wahrlich unfassbare Berichte gestoßen sein will, bereits in den 1920er Jahren. Ein Mann namens Genrik Ludwig. Ihm sei es gelungen, ein paar wenige Fotos der alten Dokumente zu machen. Die meisten Informationen habe er sich aber merken müssen. Doch viele Scharlatane, die einfach irgendwas erzählen, ne? Müsst ihr euch auch bewusst sein, Freunde. Aber wir geben uns das trotzdem mal jetzt hier bei uns. Also der eine hat auch gerade reingeschrieben, schade, dass sie sich nicht auf die wahren Machenschaften des Vatikans konzentrieren. Da haben wir auch schon einige Videos drüber gemacht, Bro. Und ich glaube, die meisten Leute, die hier am Start sind, die miesen in der Recherche drin sind, wissen auch, was der Vatikan sonst noch so dreckmäßig am Stecken hat. Weißt du? Ich finde das aber auch sehr interessant hier. Vor allen Dingen, dass der einfach so einen Schal trägt mit diesem komischen Männchen drauf. Das finde ich schon sehr, 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 sehr wild, um ehrlich zu sein. Da zeigt er uns ja eigentlich, dass die auch irgendwas mit übersinnlichen JungsInnen zu tun haben. Von einer untergegangenen alten Zivilisation und ihren seltsamen Bauten, auf denen später die ägyptischen Pyramiden basierten. Das Bemerkenswerteste, was er fand, seien aber alte Manuskripte über UFOs und alte Außerirdische. Laut Ludwig habe es Texte gegeben, die sehr detailliert darlegten, wie Außerirdische vor vielen Jahrtausenden die Erde besuchten. Sie hätten massiv die Entwicklung früherer Kulturen beeinflusst. Sowohl die der Ägypter als auch die der Mayas und der Mesopotamier. Sie seien praktisch auf der ganzen Welt aktiv gewesen. Ist dies auch der Grund, warum der Papst eines dieser Wesen auf seinem Banner trägt? Das Abbild eines außerirdischen Gottes. Was ihr gleich erfahren werdet, hat tatsächlich vor wenigen Jahren so einiges an Aufruhr gesorgt. Der Papst, wie er der Welt einen außerirdischen Gott präsentiert. Aber seht wie immer selbst. Bei seinem Besuch in Chile im Januar 2018 sorgte der Papst für weltweite Irritationen. Auf seinem Messgewand trug er ein sehr seltsames Design. Die Darstellung eines Wesens, das in der Inka-Kultur als Tarapaca bekannt ist. Am nächsten Tag dann das gleiche Bild. Statt auf grünem Hintergrund zeigte sich diese Gottheit nun auf rotem Stoff. Beide Male präsent unter der päpstlichen Kreuzfigur eingestickt. Sowohl bei der Messe in Santiago am 16. Jahr... Zwei verschiedene Schalen. Zwei hat der sogar da von... Was ist... Cousin. Was hast du gemacht, Papst? Der sagt uns eigentlich... Ey Jungs, ich glaube an ganz andere Sachen, als ich euch hier erzähle. Das ist eigentlich... Bruder, würden nicht religiöse Leute sagen, das ist Blasphemie? Eigentlich? Also jetzt... Oder? Gibt es hier ein paar religiöse Leute? Die jetzt so wirklich Anhänger sind vom Christentum so? Ist das nicht Blasphemie dann? Wenn der irgendwelche Götter von irgendwelchen Inkas auf seine... Auf seine... Auf seinen Schal da draufsteckt? Wenn man es so sieht? ...als auch bei der Messe in Temuko am 17. Januar. Alle anwesenden Bischöfe trugen zudem identische Messgewände. Bruder, die machen Gotteslästerung, Digga, einfach ganz gechillt so. Also Gotteslästerung. Ich bin ja jetzt da, also ich finde das Männchen süß und ich feiere auch diese Inka-Kultur, Maya-Kultur und so. Ich sehe das nicht als Gotteslästerung oder was auch immer. Das war einfach deren Glauben damals. Und man da reinzugehen und sich das mal reinzuziehen und so. Also es kann dir einfach neue Informationen geben und es bringt dir Sachen bei über die damalige Kultur. Ich sehe da nichts Böses, aber ich glaube als streng religiöser Katholik oder was auch immer so, einfach so eine Gottheit da von irgendwelchen anderen Kulturen von damals drauf zu sticken. Das sagt eigentlich schon so, ihr Jungs. Wir verarschen euch. Genauso wie die zahlreichen örtlichen Priester. Gewänder, die ein Wesen zeigten, von dem in der Landesgeschichte bekannt ist. Der Dim Dimsan sagt, der ist in Chile und er kommt aus Argentinien. Das macht er aus Respektgründen der Inka-Kultur, I guess. Ach echt? Krass. In Italien hat er das auch angehabt und die anderen Bischöfe haben das auch angehabt. Sind die alle aus Argentinien? Dass es eine außerirdische Gottheit darstellt. Doch wie ist dies mit dem katholischen Glauben zu vereinbaren? Das erste der hochheiligen Zehn Gebote sagt schließlich aus, dass es keine Götter neben dem christlichen Gott geben darf. Tarab. Aka. Die Figur auf dem Messgewand des Papstes ist unter einem anderen Namen sehr viel bekannter. Der Atacama-Riese. Es ist die größte anthropomorphe Geoglyphe dieser Welt. Befindet sich in der Atacama-Anthropomorphe Geoglyphe. Kamerwüste in Chile. Eine gigantische, humanoide Figur, die sich über eine Länge von etwa 119 Metern erstreckt. Auf der Nordseite des Unita-Hügels. Etwa 15 Kilometer vom Dorf Huhara entfernt. In der Provinz Tamarugal. Innerhalb der Tarapaka-Region. Ein so abgelegener Ort, dass die riesige Darstellung erst in diesem Jahrhundert entdeckt wurde. Was wir bisher über diese riesige Geoglyphe wissen ist, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine lokale präkolumbianische Gottheit darstellt. Entweder von der Tiahuanco oder der Inka-Kultur in den harten Fels geritzt. Einige Forscher nehmen an, dass es sich aufgrund seiner Ausrichtung um einen astronomischen Kalender handeln könnte. Und es ist bei weitem nicht die einzige Geoglyphe dort. Mehr als 5000 von ihnen konnten bisher entdeckt werden. Vielleicht wird das auch als Kommunikation genutzt mit den JungsInnen, die vielleicht da oben irgendwo sind. Weißt du? Auch diese Nazca-Linien und so. Könnte möglich sein. 10 und 300 Metern groß. Darunter auch menschenähnliche Darstellungen. Sehr rätselhafte Figuren. Denn sie sind dem Homo Sapiens tatsächlich nur ähnlich. Könnten dann aber doch keine Menschen darstellen. Sie besitzen längliche oder ovale Köpfe. Und werden oft mit geometrischen Mustern dargestellt. Überall jene ragt der Atacama-Riese. Jene Darstellung, die der Papst auf seinem Gewand trug. Noch eindeutiger, was jenes Wesen denn sein soll. So sehen die Lebkuchenmännchen bei meinem Bäcker aus. Fühl ich. Haben ähnliche Vibes auf jeden Fall. Hast du recht? Will es uns eine lokale Indianer-Legende zeigen. So sei eines Tages Tarapaca, der Atacama-Riese, über dem peruanischen Titicaca-See erschienen. Von den... Muss man mal lachen bei dem See Titicaca. Da kommt das Kind aus dem Lovelock wieder raus. Digga, wehe ich schon ganz genau, wie das läuft. Kommt das jetzt aus dem Land, wo der das getragen hat oder woanders? Der hat das in mehreren Ländern getragen. In Italien einmal und auch einmal in Chile. Es kommt aus Chile. Weißt du? Aber der hat das auch in Italien getragen. Und die anderen Bischöfe auch. Wusste, dass du lachst. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist halt Lovelock. Stern aus. Er wanderte nach und nach durch das Land. Zu den vielen Stämmen, die noch vor der Zeit der Inka-Kultur das Land besiedelten. Er wirkte zahlreiche Wunder. Habe unmenschliche Kräfte besessen. Und überließ den frühen Menschen ein Wissen, um sich weiterzuentwickeln. Schließlich vereinte er die Völker und verließ sie wieder. Kein Wunder also, dass Präastronautiker heute von einer außerirdischen Gottheit sprechen, die wir symbolisch verewigt in der Atacama-Wüste finden können. Doch wie lautet nun die offizielle Erklärung des Vatikans, dass der Papst einen Gott verehrt, den er nicht verehren darf? Eine richtige Stellungnahme seitens des Vatikans gibt es schlichtweg nicht. Es wird spekuliert, dass das katholische Oberhaupt einfach nur ein markantes Landessymbol tragen wollte. Das Umherziehen Tarapakas durch das Land und das Wirken etlicher Wunder habe ihn möglicherweise an den biblischen Jesus erinnert. Aber warum in Italien auch? Am Ende bleibt es aber dabei. Für unzählige Christen brach er an jedem Tag das erste Gebot der Bibel. Er habe nicht seinen, den christlichen, sondern den außerirdischen, heidnischen Gott, der Präkolumbianer angepriesen, Tarapakas, der von den Sternen kam. Wild. Könnte es sein, dass der Papst diesen Elgen... Der Typ ist crazy. ...ebenfalls in den geheimen Archiven des Vatikans gefunden hat, uralte Beschreibungen über ein außerirdisches Wesen... Ich meine, er hat ihn ja auch nur getragen und nicht angebetet. So muss man auch ganz klar dazu sagen. Die haben hier schon ein bisschen Filme gemacht in dem Video. Ich finde es crazy, kann man mal kurz erwähnen, aber jetzt ein ganzes 13-Minuten-Video so auf crazy. Ist okay. Und hat ihn die Bibel vielleicht sogar übernommen? Wurde aus Tarapaka irgendwann Jesus von Nazareth? Ja, Fragen über Fragen, die sich wohl nie so wirklich beantworten lassen. Aber schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch die heutige kleine Info gefallen hat, so lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich küsse deine Zirbeldrüse, mein Jutscher. Da haben wir uns mal reingezogen. War ganz interessant auf jeden Fall. Der Papst vielleicht Anunnaki, man weiß es nicht ganz genau. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Also, dass der Vatikan Dreck am Stecken hat, ne? Und mehr oder weniger eigentlich nichts mit Göttlichem zu tun hat, meiner Meinung nach so. Das ist auf jeden Fall Facts. Aber ja, davon war wenig hier mit dabei. Egal, wir haben uns mal reingezogen. Schreibt mir wie gesagt eure Gedanken in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Gang.